Was passiert, wenn Wednesday Adams ein Baby bekommt? Wednesday hat gerade Besuch bekommen von ihrem Nachbarn und hat vielleicht sein Essen vergiftet. Okay, nicht nur vielleicht. Jem, dem jungen Mann geht's nicht mehr ganz so gut. Sensi! Ich kann mir Wednesday nämlich mit niemandem vorstellen, aber wenn sie ein Baby bekommt, dann mit dem Sensenmann. Als ob die beiden nicht ein absolutes Traumpaar sind. Hä, ich kann mit ihm kein Baby machen? Ich glaube es hackt. Ja dann, lieber Flatt, bist du jetzt an der Reihe. Ja, unser Meistervampir Flatt lässt nichts anbrennen, mit ihm funktioniert's natürlich. Und Wednesday bringt dieses Baby jetzt im strömenden Regen auf einem Friedhof zur Welt. Was könnte es Schöneres geben? Und es ist ein Junge! Oh, und wir haben ein Mädchen auch noch bekommen? Und hauptsache, wir haben gerade Zwillinge mit Wednesday und Flatt bekommen! Und so sehen sie einfach als Kleinkinder aus. Sind die beiden Vampire? Ja, Wednesday hat einfach zwei Vampire zur Welt gebracht.